So, dann fahren wir mal oder fliegen erstmal zu Madraso und gucken mal, was bei dem so abgeht. Auftragsmission war das, ne? Ich weiß aber nicht, welcher DLC das ist. Vielleicht auch gar keiner. Also, wir können mal gucken. Ich habe noch keine wirkliche Ahnung, was dahinter stecken könnte. Und ich glaube, ich habe das auch noch nicht gemacht. Wir gucken mal. So, Attentatsmission verfügbar. Betritt MZ oder tritt einem Job Pausemittel online bei? Ja, let's go. Na, dann gucken wir mal. So. Begib dich zum Polizeirevier. Okay. Dann machen wir das mal. Ich weiß nur nicht, warum ich hier gerade starte. Ich war doch gerade ganz woanders. Check ich nicht. Checkt das jemand von euch? Also, ich check's nicht. Wer ist denn der Wache auf der Mission Row? Ich glaube, die haben das ganze Gebäude abgeriegelt. Okay. Was ist denn mein Ziel? Irgendjemanden killen wahrscheinlich. Attentatsmissionen heißt ja immer jemanden killen. Raketen haben wir dabei. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wer das ist und was er will. Ah ja, hier ist das. Okay, da hat das schon mal was anvisiert. Ich weiß nicht, ob die gleich ausrasten hier komplett. Oder ob ich erst hingehen muss. Ich glaube, ich fliege mal kurz runter, weil ich glaube, ich muss mich erst mal da hinstellen. Ich habe mal einen Eingang auf dem Dach benutzt, um mich unauffällig von dort zu verabschieden. Ich wette, den gibt es noch. Okay. Na, dann fliegen wir mal da hoch, ne? Komm, wir gucken mal. Madrazo. Kann ich da einfach hin? Wo komme ich denn hier rein, Alter? Da ist eine Tür, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich da reinkomme. Soll ich das mal ausprobieren? Vielleicht komme ich ja da nicht rein, aber raus, ne? Oh, tatsächlich. Wir brauchen die richtige Wumme, Alter. So. Gehe zu den Gefängniszellen. Gefängniszellen. Das kommen mir irgendwie ein bisschen bekannt vor. Gefängniszellen mäßig. Weil ich glaube, ich war hier schon mal drin. Welche Missionen waren das? Das war auch irgendein DLC. Da steht einer. Bruder, ich muss in den Keller. Schlimmer. Was ist denn da los? Gut, dass ich noch mal... Gut, dass ich noch mal ein bisschen Zeug geholt habe. Wart nach. Okay. Benutze den Computer oder sprenge die Tür auf. Wie sprengt man denn die auf? Hier ist irgendwie... Hier muss irgendwo noch einer sein, ne? Ich benutze mal den Computer, weil ich weiß nicht genau, wie man da jemand sprengt. Computer direkt kaputt geschossen, Alter. Schalte das Ziel aus. Der da? Okay, verlasse das Gebiet. We lost him. Ich bin hier. Guck nur mal... Oh Gott! Oh, Alter! Halt! Hier kommen alle an, Alter. News, alles, alles dabei. Noch mehr News. Noch mehr News. Alter, Schwede. Hau mal dein Handy weg, Alter! Ah, ich bin gleich down. Ich muss hier irgendwie... Hier lang? Hier geht's hoch. Ich muss irgendwie versuchen, ganz schnell in mein Deluxe zu kommen, den ich da netterweise oben abgestellt habe. Ah, Kuruma wäre jetzt geil, ne? Alter, da würde voll die Post abgehen. Komm, rein da. Steig ein, Bro! Ah! Ja! Weg da! Schnell weg, Alter! Warte mal, ich hab noch Raketen. Aber die erreichen mich nicht, ne? Ich fliege jetzt einfach ganz hoch und ans Feierabend. Adios, mein alter Freund. Es ist Zeit für dich, von der Bildfläche zu verschwinden. So sieht's aus. Ist da noch einer? Ich seh den Heli schon gar nicht mehr. Der ist weg. Junge, Junge, Junge. Ich hätte natürlich auch davor parken können, ne? Ich weiß nicht, ob die dann die Kiste vielleicht abgeschleppt hätten oder so. Ansonsten aufs Dach, ne? Mit dem Heli vielleicht abhauen und so weiter. Das wäre natürlich auch noch egal. So. Wir können ja gleich mal die Richtung fliegen, wo der Typ wohnt. Da hinten, auf dem Gelände. Neuer Heli. Wir liegen ganz weit nach oben. Ganz weit. Dann haben wir's irgendwann. Ganz weit nach oben, Freunde. So. Wir haben's geschafft. Nice. Wo müssen wir hin? Nö, Jungs. Mission bestanden. Okidoki. Gar nicht mal so viel Kohle bekommen, Alter. Naja. Bluetooth 3, PAR News theme. Tische Musik. Machle es einfach. Vielen Dank.